In diesem Video geht es um die besten Taschenlampen. Der Qualitätssieger in unserem Taschenlampe-Test geht an die Shorhawk X800. Die 3000 Lumen LED erzeugt einen unglaublich starken Lichtstrahl, beleuchtet problemlos einen ganzen Raum oder konzentriert sich auf Objekte in einer Entfernung von bis zu 304 Metern. Bis zu 6 Stunden kraftvolle, nicht nachlassende Helligkeit dank des mitgelieferten wieder aufladbaren Premium-Akkus mit 5000 mAh. Standard-Ladegerät und feuerhemmende Materialien, intelligente Schaltungen. Nur 5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Diese Taschenlampe wurde für raues Handling entwickelt und kann einen Sturz von 10 Fuß überstehen oder vorübergehend unter Wasser getaucht werden. Sie können es sogar einfrieren oder mit einem LKW überfahren und es wird immer noch funktionieren. Geeignet für Regen, Schnee oder Notfälle. 5 nützliche Einstellungen hoch, mittel, niedrig, blitz und SOS. Ein breiter bis schmaler Strahlzoom machen es ideal für den Einsatz im Haus, beim Gehen mit dem Hund oder beim Camping. Es ist kompakt genug, um in Ihre Tasche, Ihren Rucksack oder Ihre Handtasche zu passen und ermöglicht eine einfache Aufbewahrung und einen schnellen Zugriff. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Puadia LED Taschenlampe. Mit dem Osram P8 Chip kann diese extrem helle LED Taschenlampe 3000 Lumen erreichen. Dreimal heller als die normale Taschenlampe. Mit dem hochwertige starken Material kann man diese Taschenlampe freiwillig verwenden. Das Metallgehäuse in Militärqualität weist eine hervorragende Fallfestigkeit auf. Die neueste Technologie garantiert die lange Laufzeit. Diese Taschenlampe kann 6 Stunden mit Hochmodi oder 30 Stunden mit Niederichmodi leuchten, ohne für Überhitzten zu sorgen. Das Dichtungsdesign ermöglicht es der Taschenlampe, die Schutzklasse IP67 zu erreichen. Sie können die Taschenlampe bei jedem Wetter frei benutzen. Die LED Taschenlampe ist 19x4x4 cm groß. Drehen Sie diese Taschenlampe einfach hinein oder heraus, um ein Scheinwerferlicht oder ein Flutlicht zu erhalten. Es verfügt nur über 3 Lichtmodi hoch, mittel und niedrig, wodurch die Schwierigkeiten beim Umschalten von 5 Modi effektiv reduziert werden. Alles für die beste Nutzungserfahrung. Die LED Taschenlampe ist perfekt für Outdoor, Wandern, Camping, Angeln, Notfälle und auch ein ideales Geschenk für Männer. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Taschenlampe-Test ist die Lieschen 2 in erster Ultraviolett Taschenlampe ist eine einfache Möglichkeit, Flecken auf Haustieren zu erkennen. Es kann Pilze in Lebensmitteln erkennen und prüfen, ob Banknoten gefälscht sind, was bei der Bewertung von Antiquitäten hilfreich ist. 4 Modi LED Beleuchtung ist eine Kombination aus Weiß und Violett. Dieses Produkt kann zur Beleuchtung oder Objekterkennung verwendet werden. LED Taschenlampe kann das Sichtfeld einstellen und steuern. Durch Drehen des Hauptkörpers des Produkts können Sie einen kreisförmigen Scheinwerfer auswählen und für die großflächige Beleuchtung verwenden. Oder verwenden Sie ein starkes Licht für eine nähere Betrachtung aus der Ferne. IE-Taschenlampe besteht aus einer haltbaren Aluminiumlegierung und ist wasserdicht. Jede Taschenlampe ist 13 cm lang und wiegt etwa 150 Gramm. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.